Als ich den Nachlass meiner Eltern sortiert habe, bin ich auf ganz viele Unterlagen gestoßen, die in dieser alten Schrift geschrieben waren, die deutsche Korrent- oder Sütterlin-Schrift. Ich konnte das natürlich nicht lesen, also habe ich angefangen die Schrift zu lernen und ich finde das schön, wenn man die kann, weil man kriegt ein bisschen Verbindung zu den früheren Generationen. Ja, ich habe es gelernt und ich möchte euch gerne teilhaben lassen dran. Viel Spaß dabei! Wir machen mit dem J weiter. Welle oben, dann geht es unter die Schreiblinie, Schleife und wieder hoch. Das kleine J geht ähnlich, auch wie das I. Es geht mit der Schleife unter die Linie und der Punkt oben drauf. Dann in der Verbindung Ja und Je. Das K ist jetzt wieder ein bisschen die Verwechslungsgefahr mit dem R. Ich mache ein bisschen wie das kleine K, eben in groß. Das kleine K hat man auch so in der Schule jetzt zumindest bis 2001 in der Schreibschrift gelernt. Danach weiß ich nicht mehr, ob es genau so aussieht. Das L ist jetzt denke ich auch nichts besonders Neues. Das kennen wir so. Wichtig ist immer das Schleifchen oben, die Verzierungen. Auf die wird immer ganz viel Wert gelegt. Manche übertreiben es da richtig mit den Verzierungen, dass man die Buchstaben gar nicht mehr sehen kann. Das kleine L ist auch bekannt. In der Verbindung nach rechts ist da jetzt auch nichts Spezielles zu beachten. Das große M ist jetzt wieder ein bisschen tricky. Das ist anders als wir es kennen. Also zwei Schleifen nach unten, Häkchen und Abstrich. Und bei dem kleinen M haben wir wieder unsere beliebten Zickzack Linien. Einmal, zweimal, dreimal. Also praktisch drei Spitzen nach unten und nach unten. Mit dem Anstrich und dem Abstrich. Dann die Buchstaben M in der Verbindung wie hier jetzt das Wort Mama. Das N wie Nathan folgt dem gleichen Schema. Also das M hatte zwei Schleifen nach unten. Das N hat nur noch eine Schleife. Also Schleife wieder hoch, Häkchen und Abstrich. Und das kleine N hat dann eben konsequenterweise auch nur zwei Zickzack Linien. Zwei Spitzen nach oben und zwei nach unten. Und immer den An- und den Abstrich. Das hatte P. Die Franken fragen sich verzweifelt, was das sein soll. Also der Buchstabe P wie in Paul. Das große P wird unter die Linie. Das geht praktisch wie im Keller, wie wir in der Grundschule immer gesagt haben. Wird aber auch geschrieben wie das kleine P. Und nach rechts verbunden. So, beim kleinen P haben wir jetzt wieder was Besonderes. Da haben wir einen Anstrich und eine Schleife oben, unten und wieder hoch. Hier nochmal ganz langsam der Anstrich. Dann wieder runter. Eine Schleife oben, nach unten, unter die Zeile. Dieses P verwechsel ich zum Beispiel beim Lesen immer sehr gerne mit einem G. Da muss man wirklich aufpassen. Sowieso beim Lesen ist es wichtig, Buchstabe für Buchstabe zu lesen. Nicht wie man es gewöhnt ist, ein ganzes Wort erkennen. Das funktioniert meistens nicht, weil man dann das sieht, was man denkt, dass da steht. Aber es steht da oft was ganz anderes. Das ist das große Q, wie in Quelle. Das ist ein bisschen eine Mischung aus einem U und einem O mit dem Häckchen unten drin. Das kleine Q, denke ich, ist wieder einfach wichtig. Der Anstrich, der Kopf vom Q und gerade Strich nach unten. Dann kommt ein schön geschwungenes R. Wichtig, die Schleife am Anfang und dann sehr elegant das R angehängt. Das kleine R ist wieder eine Nummer für sich. Wir haben da einen Aufstrich, Abstrich, eine kleine Welle unten, wieder den Aufstrich und das Häckchen dran. Ich zeige es euch dann nochmal ganz langsam. In der Verbindung vom kleinen R nach rechts wird der Buchstabe U angehängt. Das hier ist in der Handschrift von Goethe die erste Strophe aus seinem Gedicht zum neuen Jahr. Zwischen dem Alten, zwischen dem Neuen, hier uns zu freuen, schenkt uns das Glück. Und das Vergangene heißt, mit Vertrauen vorwärts zu schauen, schauen zurück.